Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vintage Friday, einen wunderschönen Start ins Wochenende wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute haben wir, wie ihr es schon sehen könnt, eine Tinbox und zwar ist das die Lucario Level X Tinbox. Eine für mich relativ spannende Tinbox, für euch bestimmt auch, denn hier steht eigentlich Diamond and Pearl drauf. Und wenn wir uns mal hinten das ganze Cover bzw. das Backcover hier angucken, was wir normal nie machen, steht hier drin drei Pokémon Sammelkartenspiel Booster aus den Diamant und Pearl bzw. Platin Serien. Was in dieser Tinbox allerdings nicht garantiert ist, denn das ist die einzige Tinbox, wo es mir bekannt ist, dass es einen Refill gab von dieser Tinbox. Das habe ich in dem Gamescom Video schon mal angesprochen, das heißt, kann sein, dass hier super neue Booster drin sind, bis Turbofieber habe ich schon gesehen, kann aber sein, dass es Schwarz-Weiß Booster drin sind, kann aber auch sein, dass es wirklich Diamant und Pearl bis Platin Booster sind. Ist ein relativ komischer Move, was die Pokémon Company hier mitgemacht hat, finde ich. Vor allem, weil es, wie gesagt, die einzige deutsche Tinbox ist, die mir bekannt ist, wo es so ist. Aber deswegen, schauen wir mal, der Deckel wird geöffnet, wir lüften das Geheimnis auf jeden Fall. Einmal Lucario und es ist auf jeden Fall, wir schauen uns erstmal die Promokarte an. Die ist nämlich natürlich noch die Originale und die sieht sogar sehr, sehr gut aus, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und zwar, wie gesagt, haben wir einmal das Lucario Level X, meiner Meinung nach ein wahnsinnig cooles Level X Artwork. Generell die Karte, naja, so sieht man ein bisschen, wo das Holofoil überall ist. Sehr, sehr nice auf jeden Fall geworden. Gefällt mir sehr gut, die Karte. Und so, wie es aussieht, haben wir, oh, okay, die Mischung ist zwar, wie gesagt, absolut nicht die, die ich erwartet habe. Also, beziehungsweise die hier hinten draufsteht. Aber die Mischung ist auch gar nicht so schlecht, denn wir haben ein HS Triumph, ein Flammenmeer Pack und ein Protoshock Pack. Okay, okay. Ich glaube, von Protoshock habe ich noch nie was aufgemacht. Flammenmeer ist halt auch wahnsinnig cool. Okay, das ist, das ist nice. Das ist, das ist gerade richtig, richtig cool, finde ich doch. Auch wenn es, wie gesagt, ich finde es halt mega merkwürdig, warum sie das so gemacht haben. Dass sie halt einfach die Box so gerefilled haben. Aber nice, nice. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Protoshock Pack an. Dann machen wir das Triumph Pack und dann gehen wir zum letzten Pack, zum Flammenmeer Pack. Da jetzt natürlich Glorak, Secret Rare oder sonst irgendwas. Wäre natürlich cool, wenn wir hier jetzt generell einen Pull rausziehen würden. Würde ich mich wahnsinnig freuen. Drückt mal auf jeden Fall die Daumen, Leute. Vintage Friday kommt ja generell immer sehr, sehr gut bei euch an. Das freut mich wahnsinnig, weil wir am Anfang, beziehungsweise auch Dennis, so ein bisschen skeptisch war, was so die alten Packs angeht. Aber, Leute, ihr seid wirklich super. Dankeschön, Skopel, Havalutwürzel, Medite, Bidiza, Sepa, eine Spezialenergie, die Schutzenergie für den Metalltyp. Und unsere Rare-Karte ist ein Meditalis mit, wie heißt die nochmal, Omega-Offensive, aber was, wie hießen die so, diese Half, die Dreiviertel-Full-Arts. Fand ich ganz witzig, wenn man mal so ein bisschen bei Kleinanzeigen durchgescrollt hat, gab es so derzeit wirklich Leute, die gedacht haben, oh mein Gott, das muss eine wahnsinnig besondere Karte sein und die Karte muss teuer sein, weil sie ein so krasses Artwork hat. Und da haben sie die Karten teilweise an Cummins und Cummins zu hohen Rennpreisen hier reingestellt. Fand ich sehr witzig, sehr amüsant. Zwillinge, Knogger, Ponita, Hamadicta, was gerade so aus der Erde geschossen kommt. Stolunior, Porygon, Nebulak, ein Electek und unsere Rare-Karte ist ein, ah, Elekit, hm, RIP, würde ich einfach mal sagen. Aber wir haben ja noch dieses wunderbare Flammenmeer-Booster. Das ist mega, mega cool. Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr Tints davon geholt, weil ich hätte nämlich noch mehr davon haben können. Ha, ja, aber, aber, nice, 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 nice. Unverhofft kommt oft, Leute, ne? So, letztes Pack, Leute. Versuchen wir hier was Schönes rauszubekommen. Ich glaube, die Pull-Rates waren nicht so genial, aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. So, feurige Fackel. Da haben wir Arctilas, Sneebel, Algit, Zurokex, ein Flabebe, Skunkapu, Shinox. Unsere Reverse-Karte ist ein Psiogon als Rare. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und unsere Rare-Karte. Oh, wir haben tatsächlich was. Wir haben tatsächlich was. Oh, ein Toxiquark EX. Ist zwar nicht die krasseste EX-Karte, aber hey, sehr nice. Einen wunderschönen Pull aus der Tinbox. Da freuen wir uns doch wirklich drüber. Nice. Toxiquark ist auch eigentlich eine... Ich finde es nice, wenn ich so drüber nachdenke, doch eigentlich, dass so random Pokémon eine Ultra-Ware bekommen hat. Zum Beispiel Toxiquark. Sehr, sehr schöne Karte. Also, die Tinbox hat sich definitiv gelohnt, mal Flammeer nochmal aufzumachen. Schöne Karte. Schöne Tinbox. Das heißt, Leute, wenn ihr diese Tinbox seht, wie gesagt, ihr müsst halt... Es kann halt sein, dass auch wirklich sowas wie Turbo-Fieber oder Schicksalsschmied noch drin ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Packs sind wie hier. Was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Also, wie gesagt, wenn ihr solche Tinbox nochmal zum okayen Preis findet, könnt ihr sie auf jeden Fall zuschlagen. Und da würde ich einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung. Da würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Schaut auf jeden Fall bei Instagram auf unserem Discord vorbei. Da ist die Megaparty am Bielen. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Opening wieder. Haut rein. Ein schönes Wochenende. Oder einen schönen Start wünsche ich euch. Bis dann. Und ciao.